Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil. Let's Retro The Legend of Zelda. Wir suchen immer noch das Masterschwert. Und ich habe einen Tipp bekommen. Ich sollte doch mal bei diesem Grabstein suchen. Nimm dieses D-Schwert mit dir. You got bombs, loser. Ja, so ähnlich. Auf jeden Fall bin ich jetzt nearly awesome. Mit diesem mega awesome Schwert. Und ich rödel jetzt hier mal alles rum. Zack, trägt mein Herz gelitscht. So. Jetzt brauche ich noch Lit Shield. What the? Krass. Die sterben ja wirklich instant. Ah, wie schön. Oh, wie geil, oh. Ja, ist schon eine schöne Sache. So. Jetzt teleportiere ich mich aber noch mal zu den anderen Läden. Uh, take any road you want. Huh. Ah. Alter. Wie schnell seid ihr? Oh, hi. 5 Rupees. 5 Rupees. Na, komm. was ist hier drin 130 gold anglücklich sollte es doch irgendwo billiger geben einfach mal ich mag das schwert jetzt schon das ist ja schon ein bisschen krass jetzt hier einfach alles umzupratzen wo sind denn noch Läden gewesen Prozent jahren wo waren noch Läden bei jedem der Fall hier die schönen und die Mops die immer schön Robine droppen ich meine ich kann Gannin doch überhaupt nicht besiegen weil ich habe ja noch gar nicht das Tree Force komplett was bist du denn hier Prozent wie nein Alta Alta wow hier gibt es aber schön Hallo Alter das gibt es doch nicht drauf doch mal was ich finde das so komisch überhaupt krank oh hi ja komm yeah ja Prozent Prozent okay Prozent 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 freund ich hätte zu mir kommen was aber hier ein Loch hallo Loch ich war schon ja Mensch ja super kann ich mir jetzt ja den Schild kaufen wo war ich denn wo war jetzt der Laden suchen wir uns mal eine Tür auf wo geht's denn hier rechts hin ja genau den brauchte ich auch ach wie schön na hüpf ja hüpf yeee Schießhoorn jetzt kann ich wieder Schießhoorn ach so am Anfang gab es doch ein Händler hier und jetzt links ne genau ne ne ok anscheinend nicht ach hier war der Händler genau hier war der Händler den meine ich 160 warte kurz nein wie abgefuckt wieso bist du so teuer wo gibt's denn hier noch einen Händler krass 160 und bei dem einen hat doch 130 gekostet pff die war auch noch ne laden ne griff den alten Mann am Grab äh jo äh na super hm hm ja ja Mensch das hat sich ja jetzt gelohnt hier ist doch noch ein Laden so also was haben wir hier Schild 130 läuft oh das ist auch gleich größer Mensch 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 das sieht ja aus so und dann hab ich sogar noch Geld für Medizin so nun kann der Tempel kommen obwohl ich nämlich über den Teleporter wenn ich mich jetzt nicht allzu blöde anstelle sollte jetzt der Tempel doch eigentlich ein Klacks werden ok da ich mich aber grundsätzlich immer blöd anstelle wird der Tempel natürlich kein Klacks und die haben was zu lachen na hurra la 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 so noch ein paar Rupees wo ich nur den richtigen Weg finden yeah den wollte ich auch ab hi ciao oh so so damit verabschiede ich mich von heute für eh für heute von euch so wir sehen uns dann auch wieder im nächsten Teil The Legend Of Zelda Tschüss Bis zum nächsten Mal.